miau 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 ja so leute willkommen zurück zu pokémon feurot ich habe offscreen nun doruno und snow auf fast entwicklungslevel entwickelt gelevelt da sind noch ein paar andere pokémon hochgegangen weil naja alle pokémons gehen hoch oder nicht so ich habe psychokinesia und gegelsaugen meines boh beigebracht weil es aus und moment ich muss mal schauen ach ich weiß schon was ich jetzt tue ich gehe jetzt mal ins kampf dojo verboten so ich muss mal schauen jemand hat sich das sieges pokémon gewünscht ich weiß nicht noch schon oder kikli am nokjan namens furios z okidoki er will 31 nicht schlecht mein freund aber moment ein bisschen stärker beim psychokinese gesichte das sieht blöd aus psychokinese warum zum teufel flötet da draußen dampflok da muss man hinschauen ist nur der normale bb aus oder wie es auch immer heißt aus österreich duruno noch mal rein los duruno was duruno wohl abstand dazu der name schwere frage ich weiß es nicht duruno aber irgendwie kriege ich hunger über wenn ich duruno ausspreche hier wurf nicht nett nicht ganz und gar nicht nett gegen ein riesiges raser nein das wird so ein großer risk risk fahrer Semmel. Warum Semmel? Weil Kirschbaum Apokalypse. Energiefokus. Ui, nicht schön. So muss man schauen, welches Ratab ist schneller. Meins! Mega Kick geht ins Fail. Ja, Kratzfuri ist blöd, vor allem mit Energiefokus. Weil er kann das Volltreffer machen. Autsch. Hat aber noch keinen hin gekriegt. Und wird auch keinen hin gekriegen. Jawoll! So, jetzt kick mir die Eier! Semmel! Nein! Komm! Kick ihm ins Gesicht! So, perfekt. Und zack! Ähm... Ciao, Semmel! War schön, dich gekannt zu haben. Autsch. Das muss wehtun. Ähm... Ach, komm, Yisha! Miau! Steine dich an, Yisha! Miau! Iroas! BAMS! Ha-ha! Auf Yisha ist verlass... Äh, ist verlass. So, ich muss mal... Ich muss mal schnell... So. So. Alles wird in Ordnung. Und Doruno Red Level 21 wird gleich zu einem Du-Floor. Zu einem schöneren Du-Floor als dieses kackbraune Shiny. Üah! Ich gebe auf! Und ich bekomme Geld. Du, Doruno entwickelt sich! Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum! O-M-G! Bam-Bam-Bam-Bam-Badam-Scha-Lali! und wir haben ein wer hätte gedacht genau ein youtube ich meine einen du flor glückwunsch du wohnst du flor ein extrem hässliches pokémon aber du bekommst als nächstes okay das soll sehr gut sein beweis es mir und wie wenn ich fragen darf nur zwei pokémon nach hallo ok ich vertraue und ich schaffe es mit deinem schlaf zu schlafen zu bringen okay komm schon nach oder das kannst du besser das ganze besser kleine schlaf bruder so weit ich will jetzt habe ich einsetzen und hoffe dass das blöde nach hallo nicht aufwacht und sagt zu oft m m m m snow los schläft tief und fest meine super katze schafft es schon irgendwie schläft tief und fest schläft tief und fest das arme mach hallo ich habe beinahe mitleid aber nur beinahe und tot besiegt und dieses tod abgewöhnen es ist ja nicht tot ob man schock da wirkt es gerne aus ok mal schauen ob snow also schluss wird sich nicht schaffen können aber naja jetzt nicht genug nicht genug bekommen mascha es sei denn snow wird es schaffen zu besiegen aber nehmen ich vertraue mir nicht darauf und kaperski das fenster ich hoffe man ihr habt nichts gesehen obwohl ich den fraps auf böse schlaf schlaf kindchen schlaf ist noch so böse grinsen das ist maschok denn so guck mal ich habe rote linien auf meinem namen ich bin geil psychokinese bam und vernichtet nicht schlaf tief und fest psychokinese tschüssi blöpp oh vernichtet besiegt in die eier getreten gut ich schiedsrichter 1 punkt ok geile musik muss ich ja sagen so und doruno du bist jetzt zu einem giflor wo habe ich einen platzstein hier ok doruno ich muss sagen ich finde blubella aber schöner als giflor weil blubella ein schönes blumen pokémon und giflor sie für mich aus wie eine knospe ne eklige knospe bam 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 ba dam haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Giflor Giflor Glückwunsch eine wunderwunder wurde so giflor schön so ich will mal in den poklex schauen wie viele pokémon habe ich jetzt ähm 28 das sind so wenig ich bin auch noch viel mehr wie noch ein ebay teil haben so gut ich hoffe ich sieht mal dich aber 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 meine schuhe passt so gut meine tasche aus dann zieht die tasche aus aber meine tasche passt so gut zu meinem top sie das top aus das ist ein aktie verdammter perna nein 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 ich verstehe nicht meine bäum bitch slap tot ja so schnell kann es gehen das ist ein guter ein wechsel kratzfury nein 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 bitte manki ich werde jetzt jedes deiner rasse mitglieder außer semmel auffinden in die gliedmassen rausreißen und euch dann die mit diesem füttern ihr verdammten kleinen offen ja schweine wir haben smegbo getötet wir haben dann blöden kratzer einer kratzfury uhr ist aber kein mädchen sehr gut junge immer getroffen hier durchbruch ins gesicht und glutex ist klar wieder wieder mal jedes meiner popen auseinanderfickt und weil kannst du eine gute attacke aus der schnabel ich versuche mal mit du moment mal starke sporen weil ich glaube es hat munterkeit und höre mal auf mit diesem kacki junge 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 stachelspore natürlich jetzt daneben weil du nur doof ist nichts gegen die runde auf mit einem kreuz sieb warum ist es nur so stark starke sporen heilige scheiße noch einst energiefokus nicht gut ganz und gar nicht gut danke dass man stachelspore trifft jetzt darfst du abkratzen du runo wo er kann auch machen ab so aber blüpp 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 die erfahrung hast du dir verdient was was oh nein das oh nein nein du runo überlebe gut wohl ach komm du runo macht jetzt mach dein ding und ausgelutscht minke wurde besiegt meine schwächsten pokémon bekommen die erfahrung finde ich gut oh man oh man ich habe nur noch ein normal pokémon ein schwaches flug pokémon und ein geschwächtes pflanze gift pokémon gegen zwei kampf pokémon oh man melvin durch mich so auseinander ficken flicken nick na egal wo fast ein one hit energiefokus darfst du gerne tun kleiner darfst du gerne tun zahltag münzen an den kopf geworfen und erfahrung gerade ab da hat sich auch auf snow patrol los no hab ich ja nach diesem kampf bekommt auch hab ich da gegen seine entwicklung und ich weiß man auf der runo damit du mal den schaden tankt und nicht mein namen ist kätzchen katz furie ouch es macht zu viel schaden okay let's go katze habe ich noch beleber ich weiß nicht zu not habe ich zehn beleber gut ich hoffe man den opfer kommt nicht was und passt beinahe schade kommt schon draußen eben hier münzen an kopf bums tschüss das war's für dich raser besiegt von einem normal pokémon du bist so ein noob oh ja level up für katze hier es wird noch ostner und flauschiger und die bekomme geld das ich aufgehoben habe und hey snow patrol entwickelt sich dün 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 ja wir haben ein gibt er blick wohnstein snow computer ich weiß nicht ob ich in der letzten vergesagt habe aber ich mag die tag eher als tauber es ist schneller hat einen besseren angriff und lernt bohrschnabel meine lieblingsflugattacke keine ahnung warum es nicht stärkste ich meine orkanisten stärkste ein himmelsfähiger sie stärkt himmelsfähiger danach kommt auch kam und keine ahnung ein bohrstabelt immer kommt bewegen du darfst jetzt endlich hier mal chill und nämlich wieder dick drin jetzt die note darf sich auch mal ein bisschen auspennen hier und ich nehme nämlich mal so anders mit als hat so bis schon 30 ja dann würde ich mal mit der nächsten part dann noch schon abholen pokémon okay ich dir meine pokémon im moment in meine ohrpult sagt man hat sich das medizinstudium gelöst hat sich das überhaupt gelohnt ich meine du machst du gar nicht so seine maschine die alles macht und zusätzlich rum und macht alles gratis ich hätte einen anderen berufsweg in der währung bezogen aber egal es gibt der trainer ich weiß es sie wollen sich nur zeigen sie sind angsthasen so fahren den fahrer fahren den fahrrad ihr mich immer shoppen oder nee oder dann geht's im nächsten part hier gegen den einen trainer der uns noch fehlt ja leute das war's von pokémon feuerrot für heute wir sehen es das nächste mal wieder bis dahin cheerio bis dahin 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 Vielen Dank.